Sie ist da! Drei simple Worte, die die Ankunft Marie Nasemanns Tochter verkünden, zusammen mit einem ersten rührenden Foto des Neugeborenen. Sichtlich überwältigt vor Glück nur kurz nach der Geburt, blickt die 32-Jährige in die Kamera. Ihr Mädchen hält sie liebevoll im Arm. Auch Ehemann Sebastian scheint sein Glück kaum fassen zu können. Gerührt blickt er auf seine kleine Tochter, einen Arm dabei sanft um Marie gelegt. Das Model und ihr Gatte sind mit der Geburt ihres Babys glückliche Zweifacheltern. Ihr Sohnemann erblickt im April 2020 das Licht der Welt. Nun hat er mit seiner kleinen Schwester eine neue Spielkameradin gefunden. Ob er sie schon kennenlernen durfte, verrät das Paar allerdings nicht. Macht auch nichts, Maries als Follower sind von den großartigen Baby-News so oder so ganz entzückt. Nur das Schönste für euch vier und herzlichen Glückwunsch! Gratulieren zahlreiche Fans unter das Foto. Den vielen Gratulanten möchten wir uns hiermit gern anschließen. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.